Ich habe ein herzliches Willkommen zu einer neuen Zeuge Consistence. Ich habe mir schon mal einen Baumwoll-Bulli gemacht. Kälteschutz. Ich bin wohl mal so frei und habe die Schwierigkeits gerade auf Normal gestellt. Er ist immer so ein starker Level. Naja, ja. So, hier machen wir mal ein bisschen Lootung. Sodass auch die E-Ra ein bisschen auf den Sack kriegen von den Tieren. Ich habe vorhin nämlich unterwegs gewesen und hier irgendwo da am Auszeiger ist. Ähm, ich war auch hier irgendwo. Da waren Banditen gewesen und ja. Noch ein Stück sogar. Ich habe mich aufs Fressbrett gegeben. Bin aber nicht gestorben. Und ja. Ich musste fliegen. Weil erst war es einer. Dann war es zwei. Und dann, ja. Bei vier Leuten. Hat sich nicht mehr. Oha. Oha! We-Komm. Der. 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 Ich mach da schon deutlich, dass wir Mathieu rumtümpeln. Oh, stopp mich eigentlich. Oh, okay. Da ist eine Premium-Kiste, hätte ich den Mann sehen. Oh, ich schnippe, ich höre nur das, ja. Ich brauche schon die Hühnchen gefangen. Und in den Stallwurfen. Freilandhaltung kann ich bis jetzt noch nicht machen. Ich hab noch keinen Strom. Oh, 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 oh. Das war mein Clipster. Das war mein Clipster. Ja, ähm, kann man sehen, nur kann man sehen. Oh, da war jetzt nichts drin, was nur so gefallen hat. Das gucken wir mal. Ich bin mit 3 im Fall. Was ist denn? Und was wird auch meine Sniper aus Kälzer und Bedrohlen. Sterne? Wir haben ein paar noch nichts trocken oder was? Ne. Was soll denn das? Wo ist mein Bumby? Wo ist mein Bumby? Wo ist mein Bumby? Wo ist mein Bumby? Wurzeln Teufel, ist mein Bumby? Wurzeln Teufel Hä? Die Funktion da ist Wurzeln Teufel Video Oh Mann Wurzeln Teufel 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 überhaupt nicht jetzt hab er wo Bambi? ich probier's nicht noch mal da verschiesse ich mir einfach die Kugel wieder sollen wir toll spielen voll schneid ja november das ist schon 7 oder schlimmer 1 irgendwie wie die Zeit verjöhlt so von dort hab ich schonmal bereits vor Klebstock 2 und die Eisenbauer jetzt brauchen wir noch von dort zwei Kleber und 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 jetzt heißt es nur noch den Kupfänger und eben und eben und 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 Ich werde schon einen Heizanfall so machen. Ja, so ein bisschen. Zündchen. Jetzt bin ich noch ab. Jetzt bin ich noch ein Problem. Ich weiß nicht, dass ich das nicht mehr verraten kann. Ich weiß nicht, dass ich das nicht mehr verraten kann. Ich bin Gott. Ich fasse es nicht. Ich hab's schon sofort bemerkt, ey. Bin ich schon einmal drauf, Binne. Oh, what the fuck is this? Okay. 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 und Glas weil ich als nächstes eine Distille bauen möchte und den Codefänger und die Energieeffizienz für den Androger oder Leser oder für die Erze Oh, die Erze Notale Worte, 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 Worte Spitzzocker 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 Was war da? Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Es ist sehr schön. Ich finde es braucht 1200 BUS. Nun, was heißt eigentlich? Wollt es fahren mit Skipper oder? Und Box Generator oder wie was? Weiß steht. Das war ein Pett. Das war das Fleisch. Töde ich das zum Knast. Ich hoffe, ich sehe Kattel irgendwie. Keine Ahnung, da war es bald fertig. Finde ich hier noch D1. Ok. Ecke. Das war's. Ja. 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 Das war's. Das ist fast leider zwei. Das ist fast leider. Das ist fast leider. Das ist fast leider. So. Das ist fast leider. Was ich nicht alles mache für mein Hütchen. Das ist fast leider. 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 Ciao, ciao. Das ist fast leider. Das ist fast leider. Das ist fast leider. Das ist fast leider. Das ist fast leider.